Oh Gott, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich glaube, der war ein bisschen auf dem Schiffenweichen von... Das ist ein Echsenmensch, oder? Diese Dinger im Gesicht sehen ein bisschen aus wie von Fluch der Karibik. Ah, Schmiede. Kommen wir mal ganz schnell zum Punkt. Kriegsasche. Kriegsasche duplizieren. Okay, dann kannst du es in mehreren Waffen gleichzeitig drin haben. Was brauchen wir dafür? Verlorene Kriegsasche. Das Item. Üben. Oh je. Ja, aber. Wir können leider nix kaufen. Wir können nur Sachen verkaufen. Okay. Der kann jetzt bis jetzt auch noch nicht irgendwie irgendwas anderes Besonderes schmieden. Hallo? Fia. Was für Halten? Halten lassen. Weigern. Warum will uns jeder anfassen? Wäre das mal im Real Life. Die da in-game angefasst werden. Gar kein Bock. Okay. 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 Segen des Firmaments? Pssst. Okay. Ach shit. Ach man. Voll süß irgendwie. Weigern. So. Was haben wir jetzt bekommen? Geisterrufglocke. Wo sind die Glocke? Ding Dong. Kann ich nicht ausrüsten. Was haben wir jetzt bekommen? Wo ist das Item? Da. Verbraucht Fähigkeitspunkte. Erhöht kurz das Gleichgewicht. Klingt jetzt nicht so stark. Ja, Haltung. Schon klar. Moin. Anrufung studieren. Wunder, oder, Chat? Mein Gott. Heilt eine kleine Menge Lebenspunkte. Heilt eure Lebenspunkte und die von Verbündeten in der Nähe. Mhm. 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 Glaube, ha? Das sieht so geil aus. Pyromanie. Nötige Werte. Glaube, acht. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Was soll der Geiz? Mitnehmen den Lachs. Gibt bestimmt auch wieder Trophäen für alle Wunder, alle Zauber, ne? Moin. Dialos. Du musst hier neu sein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Dialos. Dialos. Wir sind in der anderen Seite. Hast du eine junge Frau namens? Sie ist mein Servant. Aber fickle ist der Wind. Bootkäppchen? Nee, dann... Lanja, chatten. PPG Lanja. Wenn wir die treffen, dann kommen wir back. Danke für die Verschenkung, Saps, Modi. Danke für die Verschenkung, Saps, Bodi. Hat such fantastische Routes, although... it's all a bit much for me. I'm still looking for my own purpose. I don't believe you. If I do have this talent, I suppose I should try to hone it. I'll ask Master Hugh to teach me. Okay, dann bitte mal dein Meister. So, mit dem haben wir jetzt allen gesprochen. Ja. Haben wir auch noch einen. Oh Gott, was ist das für einer? Hä? Oh mein Gott. Chat, der ist nur noch ein Skelett. Seht ihr das? Der hat nur noch einen Schädel. Kann ich mit dem nicht reden? Hallo? Okay. Kein gesprächiger Zeitgenosse. Oh. Da, fuck. Kaufen eine Klangperle anbieten. Runenbogen. Runenbogen. Oh. Oh. Speicherstein. Höht die Anzahl der magischen Speicherplätze. Die hat mal echt geile Items hier. Nehmt Gestalt als Gast an. Heiliger Katalysator für Anrufungen. Glaube 10. Glaubt ihr, jetzt brauche ich das, um diese Feuerfähigkeit zu benutzen? Schon, oder? Wir kaufen mal den Lachs. Wir müssen mal den Glauben erhöhen. Wir müssen ein bisschen rumprobieren. Ich hoffe, man kann sich resetten. Nicht, dass wir uns jetzt hier verskillen. Das wäre nicht so nice. Verbrauchsgut gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Das verstehe ich nicht. Den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Klangperle anbieten. Keine Klangperle zum anbieten. Auch wieder sehr gesprächig, die Präse. Glaube ist wichtig und richtig. Inventar. Wo sind eigentlich... ...die Seelen? 200 kriegen wir. 1200. Okay, die sparen wir uns noch. Verstehe den Hype. Das Game nicht verbinden. West sieht 20 mal besser aus, zum Beispiel. Bro, es geht ja auch nicht um Optik. Immer nur, ne? From-Software-Spiele haben eine ganz eigene Magie, mein Lieber. Und sind halt auch schwer und anspruchsvoll. Und tun so den Erkundungstrieb wecken. Und natürlich auch... Ja, sind sehr belohnend, wenn du weiterkommst. Hä? Okay. Kommen wir nicht durch. So, Chat, waren wir jetzt hier überall? Mehr geht hier erstmal nicht, oder? Aber wie kommen wir jetzt eigentlich zurück? Vielleicht per Map? Ah! Oh, ah, okay. Das ist da... Ah, ja. Okay, okay. Ja, dann. Schnellreise. Können wir mal hin und her. So, Chat. Ein paar von euch haben sich gewünscht, dass ich noch mal zum Anfang mich porte. Wo sind wir gespawnt? Höhle des Wissens oder Friedhof der Gestrandeten? Ladezeiten sind so klein. Die Grafik ist auf jeden Fall sehr gut. Besser geht immer. Aber das Game braucht sich nicht verstecken. Hier sind wir doch hergekommen, ne? Wo sind wir doch hergekommen? Glaubt ihr, die Fackel hat auch irgendeine spezielle Fähigkeit? Steinschwertschlüssel nutzen. Jawohl. Ah. Nicht genug. Wie viele haben wir denn? Einen. Woher wissen wir, wie viele wir brauchen? Hm. Na gut. Zwei Köpfe gleich zwei. Ja, ja, klar. Ja, logisch. Chat wie der Fife hat. Irgendein Händler hat die doch verkauft, oder? Welcher Händler hat die verkauft? Lass halt da reingucken, oder? Wer hat die verkauft, Chat? Ah, das ist so schön, wenn man immer Ehrenbruder Twitch-Chat Wikipedia dabei hat. 4K im Nexus, okay. Oh, oh, guck mal da vorne. Oh, das Reiten fühlt sich auch so smooth an. Oh, das Reiten fühlt sich auch so smooth an. Oh, das ist so schön. Wahn. Einfach Wahnsinn, Digga. Wahnsinn. Da kann man sich auch jetzt schon wieder aufs nächste Souls-Game freuen. Also, ich glaube, der wird mich totficken. Wer schreit denn jetzt hier die ganze Zeit noch, Mann? Oha! Ehrenbruder Qualle! Die ist eine Fernkämpferin Ehrenbruder Qualle macht auf Range Nein, nicht auf sie, auf mich Ja, komm her Ja, geh auf mich, Bruder, kein Problem Ey, nicht die Qualle Mach keinen Scheiß Ich hab gesagt nicht What? Geil, Digga Geiler Miniboss Giveaway kommt Ja, Schweine Deshalb hat er mich hierher gelotst, ne? I see I see Aber ich glaub, den packe ich, Chat Ich glaub, den packe ich, den Bray Sein Angriffsmuster war jetzt schon Ich war jetzt einfach gerade wieder ein bisschen zu gierig Sein Angriffsmuster war schon Gut Ich muss ein bisschen Stärke erhöhen, wenn wir hier schwere Wir brauchen eigentlich ein Schild mit 100 Füße Für den Schaden Ey, Raphael, Mann Mach nicht so Ich hoffe, du rennst schon für morgen, Raphael Mach morgen eine XXL-Folge Mach morgen eine XXL-Folge, Elden Ring Eineinhalb Stunden oder so Kannst die Elden Ring Parts schön lang machen Wenn du möchtest Das ist ein Schild mit Ich bin zu gierig wieder. Scheiße. Ja, steh auf mich, Bruder. Kein Problem. Aua. Der Schlag kam schneller, als ich dachte. Ah, der war ganz schön unfair. Oh, sein Pferd macht auch so viel Schaden, Digga. Ah, schon gut tanky, der Brie. Schon gut tanky, der Brie. Ach, scheiße, die Seelen. Nicht dran gedacht. Kacke. Egal. Oben ist auch ein Feuer, stimmt. Hast recht. Sogar die Qualle, musst du dran glauben. Bruder, die Qualle ist voll nutzlos. Scheiß auf die Qualle, Digga. Ja, 2900 Seelen-Chat. Rip. Egal. Gibt Schlimmeres. Zum Beispiel aussehen wie Big Mac. Lieber Wölfe. Ich glaube, die Wölfe sind One-Hit. Ich glaube, die Wölfe sind One-Hit, Bruder. Kann man aber mal testen, den Lachs. Warum nicht? Soll der Geiz. Nein, Zack, ja. Ja. Ich glaube, die Wölfe sind One-Hit. Ich glaube, die Wölfe sind One-Hit. Ich weiss. Ich glaube, die Wölfeなんか kommt dazu. Die Wölfe sind One-Hit. Ich conceive, die Wölfe ist eine Wörter-Günge. Wenn es auf diese Wölfe ist eine Wölfe ist für ein kann man desieren? Danke, was bei einem durch Kyiren der Barcelonaターassen? Ach anniversary. Nochmal nicht, Bruder. Ich hasse diese verspäteten Schläge. Die sind echt fies. Die sind echt fies. Nein! Wieder zu gierig! Zu gierig, Digga. Der zweite Schlag hätte nicht sein müssen. Machbar, Digga. Machbar. Ich habe so gehofft, dass Blutungsschaden reinkickt. Machbar, Digga. Scheiße. Wieder zu gierig gewesen. Selber schuld, Digga. Scheiße. Selber schuld. Verdammt, Johe. Machbar. Geil, Digga. Geil. So herzklopfen, Bruder. Geiler Scheiß. Harte Nippel, Digga. Geil. Geil, geil, geil. Den mache ich einfach aus Prinzip. Wir machen wieder die Qualle. Fighten einfach mit ihm. Hey, lass die Qualle. Was hat er denn mit der Qualle, Bruder? Jetzt hat er uns totgefickt. Wie viele haben wir jetzt? Ach, Scheiße. Okay. Nächster Gutschein geht raus. Demnächst. Qualle gleich Glücksbringer. Ja, gerade eher nicht so. Haben wir zehn wieder voll? Ja, ne? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, macht der ein Dammit an der Ehrenkulack-Balle Scheiße Hey, Bullshit! 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 Oder? Seid ihr bei mir und Chat oder nicht? Nicht ja sagen, weil ihr wegen aus Sympathie Aber wo war die Hitbox? Er springt Nach vorne mit seinem Pferd Und da ist der Aufprall Was trifft mich? Die Crack-Nutten-Hufe aus der Hölle oder was? Druckwelle? Digga, ich geb dir gleich Druck Deren Bruder Qualle muss regeln Raus den Kot Ja Ist so gierig Ja Ja Seid ihr bei mir bist Ne Geil, das hat geknallt! Oh, ist wieder zu gierig, zu gierig, zu gierig! Vergiftet der den eigentlich? Ja, der vergiftet den! Die Qualle vergiftet! Seht ihr? Sein Leben tickt die ganze Zeit! Qualle ist es! Äh, wuhu! Alter, es ist so fucking geil, Digga! Es macht so Spaß, einfach früh viel zu starke Gegner legen! Ah, Bruder! Ganz, ganz, ganz großes Kino, Mann! Geiler Scheiß, Mann! Eine helle Bade haben wir bekommen! Die, also die Qualle! Big, Digga, Big! Wenn du das so spielst, dass die nicht gefokust wird, kann sie halt die ganze Zeit draufschießen! Das macht zwar nicht so viel damit, aber der Gift-Tick! Der Gift-Tick ist es, Digga! Der Gift-Tick ist es! Geiler Scheiß, Mann! Ja, hätte man nur die Seelen nicht verloren, dann hätte man jetzt Dick shoppen können! Aber der ist auf jeden Fall auch machbar! Ohne, ohne Help! So! Wölf Tode haben wir, ne? Dann mach ich euch ein neues Giveaway auf! Wir machen immer die Keywords, die, die uns zum Tod gebracht haben! Pfeifat, Chat! Pfeifat! Das Codewort ist Reiter mit großem R! Und ich geh pissen! Was ne geile Session! Ich liebe mein Leben! Bis gleich, Chat! Geil! 50 Euro Level-Up-Guthaben! Reiter in den Chat! Wir haben 30 mal 50 Euro von Level-Up bekommen! Alle 5 Tode hauen wir hier in den Key raus! 30% auf alles! Das ganze Wochenende mit Gutschein-Code ELLOTRICKS! Falls ihr euch was gönnen wollt! Dickes Bursi-Maschinengewehr geht raus an Level-Up! Bis gleich! Was mir gerade eingefallen ist, ich habe ja die Trophäen nicht durchgelesen! Imagine, es gibt so eine Trophäe! Besiege alle Bosse und Minibosse ohne Beschwörungen! Das wär's komplett! Chat, vielen Dank für den ganzen unglaublichen Support! Danke für die ganzen Subs und Resubs! Für die Bits, Donations und die Follows! Die Sub-Bombs! Was eine geile Session! Geil! Gerne nach, Luzhan-Chat! Vielleicht könnt ihr noch kostenlos reinfolgen für die neuen Viewer! Dann könnt ihr auch schreiben, in 10 Minuten am Gewinnspiel teilnehmen! Und vielleicht ist der Prime-Sub ready! Switch Prime und kostenlos rein! Oh! Wow! Was ne Session-Chat! Geil! Ich bin so... Wenn ihr mich riechen könntet! Ihr werdet mich hassen! So durch den Hype geschwitzt, Digga! Deshalb seid froh, dass es noch keine Geruchstreams gibt! Ja, aber die Ehrenbruder-Qualle hat reingekickt! Das war nicht so smart! Ich gebe es sogar zu! Ihr Fick-Facken! Wenn man einmal zu gierig ist, Digga! Immer tot! Oha, das war übelst das geile Bild gerade, ne? Weil wir haben 12 Tode, Chat! Noch 3 Tode, dann gibt's schon wieder ein Key, Digga! Geil, geil! Das macht auch richtig Bock, Digga! Ich versuch, nicht zu sterben, damit wir hier nicht zu viele Tode raushauen! Geil, geil, geil! Boah, das hat richtig Schaden gemacht! Der Zipper war unnötig! So, wo sind wir denn überhaupt? Geh weiter nach oben, oder? Ah, die Dinger füllen doch Heal auf, oder? Nein, was? Kriegsasche! Hä? Da, fuck? Ich dachte, so diese Kugeln tun, ähm, Heal zurückgeben, oder? Oder können die auch irgendwie sowas droppen? Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Pferdenblattblume. Wow! Bitte, äh, bitte was? Ähm, äh, 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 da, fuck? Wer schießt da? Uff! Ah! So erschrocken! Du ehrenloser Hund, das kriegst du zurück. Hier! Hä? Jetzt lacht sie nicht mehr. Ich, äh, Digga, also das war wirklich ein ehrenloser Schuss. Oder? Und das macht so Spaß! Uh! Endlich mal ein Souls-Game, wo man auf Fea nicht 1 gegen 100 spielen muss, sondern auch einfach mal den Gegnern zeigen kann, dass es nicht so geil ist, wenn man immer gegen eine Übermacht kämpfen muss. Gehe, 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 gehe! Keine Scherben. Oft geizig. Wir haben wieder Zippa zurückbekommen. Kopf, wir danken dir, Bruder. Hier kam noch ein Pfeil. Das sind wieder Tiere. Lol, die Wölfe. Habt ihr gesehen? Die Wölfe haben die blockiert. Deshalb konnten die nicht weglaufen. Geil, Digga. Oh, Chat, glaubt ihr, das Wunder, was wir vorhin gesehen haben, heilt eure Verbündeten. Glaubt ihr, das Wunder heilt auch die Beschwörungen? Bestimmt, oder? Da kannst du die Beschwörungen richtig, richtig lange behalten, wenn du die immer wieder hochhielst. Also von den Bonfeiern her sind die echt ziemlich ehrenhaft unterwegs. Kriegs. So, guck mal. Kriegsasche. Jetzt probieren wir die andere Kriegsasche, oder? Verbesserung entfernen. Haben wir nicht eine neue Kriegsasche gefunden, Chat? Ach, das geht wahrscheinlich nicht in jede Waffe, ne? Kriegsasche, wilde Schläge. Wilde Schläge schwer. Okay, für eine schwere Waffe. Da steht's sogar. Zur Verwendung mit Äxten, Hämmern, Krummschwertern und Großschwertern. Ah, muss zum Amboss? Nein, in unser Schwert geht's trotzdem nicht rein, oder? Die ganze Charakterauswahl und so weiter alles ankert lassen. Was meint ihr, Chat? Schon, oder? Da können ja die Leute spulen. Oder? Ja, doch. Das ist ja ein, äh, weiß schon, ein Blind, ein Blind Playtruth. Also, drin lassen, Digga. Für die Leute, die es nachholen möchten. Würde ich schon sagen. Wenn einem die Charakterauswahl nicht juckt, kann man es ja immer noch skippen. Von daher, was soll der Geiz? So, war hier? Gab's hier den Stuff zu kaufen? Oder bei der Tafel der Gnade? Toilettenpausen drin lassen? Nein, das skippt er weg. Genau, Raphael. Guter Call von Predator. Tu dann einfach einblenden. Bei der und der Minutenzahl geht's weiter, so mäßig. Oh, der ist neu, oder? Oh, this is a red. I can't remember the last time a new Tarnist made their way. Very well. As your senior, it is safe here. You know. Hä? Ist der jetzt da, weil wir den einen Typen da getötet haben? Oh, okay. Na, okay. Wahrscheinlich müssen wir erst uns seinen Respekt erarbeiten. Wo war jetzt der Händler? Unten, ne? Äh, es ist ein reines Storygame oder auch online. Äh, es gibt PvP und PvE mit Kollegen. Elemente aber sehr eingeschränkt. Hier unten nicht, Bruder. Ich bin doch voll verwirrt. Ich kenn mich noch nicht aus. Hä? Wo waren diese komischen Doppelhexköpfe? Nicht blöd? Ah, hier. Kaufen. Für 4K. Das Schmerz im Geldbeutel. Aber. Jetzt bin ich so gespannt, was da drin ist. Nur Scheiße, Digga. Wurden verarscht, Digga. Abgezogen. Pyro noch anlegen. Ja, lass mal gucken. Zauber lernen. Okay, Zauber heißen Zaubereien. Und Anrufungen ist wahrscheinlich das, so ein, ja, das neue, die neuen Wunder. Aha. Speicherplätze sind in dem Souls-like, äh, in dem Souls-Born. Die teilen sich, die Slots. Zauberei und Anrufungen teilen sich die Slots. Karma, danke für den Host, Mann. Schönen Abend an dich und deine Community, Mann. Warte, ich hoffe, ihr hattet eine geile Session. So. Ich glaube, auf 10 müssen wir mal machen. Jetzt können wir uns noch zusätzlich heilen, ein bisschen. Boah, das sieht nicht schlecht aus, Bruder. Junge, schaut euch das an. Bruder, wie geil. Das ist ein Masterpiece. Naja, ein bisschen zu früh, um das zu sagen, Bruder. Aber bis jetzt macht's Bock. 12 und 10. Rein hier in die Olga. Du siehst auch nicht schlecht aus. Ja, Bruder, wäre ich jetzt eine gut aussehende Streamerin, würde ich wieder sagen, du kleiner Geier, du. Runter. Dün, dün, dün. Oh, bitte kein Giftgebiet. Mach kein Auge, Chat. Mach kein Auge. Ist grundlässig egal, welche Klasse man spielt. Absolut, ja. Scheiße, wir hätten uns das Wunder holen sollen hier wegen Gifthallen. Scheiße. Oh, gönnen, gönnen, gönnen. Jawohl. Oh, gönnen, gönnen. Was soll die Scheiße, Bruder? Hä? Chat, wusstet ihr das, ihr kleinen, ihr kleinen Honde? Ey, ihr seid jetzt solche 31er. Was kann man denn jetzt hier machen? Was kann ich denn machen, um dem zu entgehen? Ah! Scheiße. Ja, die wollen mehr Gutscheine, glaube ich auch. Hä? Hä? Ne, 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 ne! Gewinnspiel ist offen, 50 Euro Level-Up-Gutschein mit Keyword Geist mit großem G. Bruder, ich hab, Real Talk, ich find das so geil. Ich hab den Spaß meines Lebens. Ey, was soll die Kacke? Komm, stapelt sich das weiter. Oh nein, oh nein! Ah! Ja, das macht dir wieder Spaß, hä? Der überlebt das! Der hackt! So, der rollt uns jetzt doch bestimmt hinterher, der kleine 31er. Dafür wette ich doch. Mein Arsch drauf. Hä? Doch nicht? Jetzt kommt gleich von unten einer, oder? Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Goldene Rune, 5. Ich glaub, das ist die Qualitätsstufe, ne? So wie bei... Dings, ähm... Bloodborne. Oder das Gift ist halt scheiße, ne? Oh nein! Jetzt ist er da! Oder doch nicht? Hä? Ich versteh' ich versteh' das nicht. Mann, das Gift! Das ist so kacke für uns. Das ist wirklich scheiße. Oh, hätt' ich das Wunder mit dem... Heilen. Achso, ich hab' ja noch... Ich hab' ja noch Wunder, um mich zu healen. Okay, okay. Okay, okay. Okay, ähm... Hm. Äh, wir... Komm, der Saftsack jetzt her. Nee! Scheiß drauf, das Gift hat eh getriggert. Ja, Chad, ich... Ich freu' mich, dass ihr Spaß habt. Ich freu' mich für euch. Mann, habt ihr's gut. Wieder den Arsch vorm Fernseher platzsetzen. Äh, platzsetzen, den Streamer auslachen. Mann! Das ist das Good Life. Nebenbei den Champagner schlürfen. Aus nem Goldblattglas. Und nen Kaviar am Snacken. Mit nem Buddy-Tiaga-Pulli. Und... Das Fiji-Wasser mit nem Level-Up hier. Wir losen aus. Spaceship, mein Bester. Oh, sexy Bild. Ist das von Ranma, ein Halb? Mit Champ-Blow? Wie gießt. Kuss. Viel Spaß mit den 50 Euro Level-Up-Guthaben. Viel Spaß, mein Bester. Kuss. Chad, strengt eure grauen Zellen an. Wie viel hat das Wunder gekostet? Wie viel hat das Wunder gekostet zum, ähm, zum Gift entfernen? Ein Tausender? 2000? Da haben wir nicht genug hier. Oder doch, warte mal. Wie viel glaubt ihr gibt das? Stufe 5. Komm, wir probieren mal aus. 1600. Guck mal. Noch zwei. Boah, es macht so Spaß, das alles rauszufinden. Juhu! Ununsterblich! Juhu! Juhu! Studieren den Lachs! Ah, nur 1000. Egal. Nehme ich. Und eigentlich hätte ich das gerne gekauft. Einfach zum Ausprobieren. Oh, ein Fessel, eine Schockwelle, die Gegner wegstößt. Oh. Oh. Jetzt ist quasi... Es gibt jetzt nicht mehr drei Sachen. Es gibt jetzt nicht mehr Zauber, Pyromantie und, äh, Wunder. Sondern ich glaube, Pyromantie und Wunder sind zusammen. So kommt es mir bis... So kommt es mir bis jetzt vor. Danke für die 5 verschenken Subs, mein Bester. Und sorry für den Röpser. Nordischer Gott, mein Bester, Mann. Danke für die 5. Könnt man den Nippe und den Bombe. Bam! Ey, es macht so Spaß. Jetzt hauen wir uns das Anti-Gift rein. Dann kann uns das Gift mal Fett am Arsch lecken. Haha! Zauber lernen. Den hier wieder raus. Zack. Oh, Gegengift. Wir müssen Glauben erhöhen. Stufenaufstieg. Glaube. Vielleicht wirkt es aber trotzdem. Einfach ausprobieren. Ich probiere es aus, Digga. Was soll der Geiz? Gewinnspiel ist geschlossen. Logisch. Auch eigentlich eine gute Idee, immer das Keyword als den zu machen, der uns tötet. So, guck mal. So. Bitte geh. Bitte geh. Es geht nicht. Ja, dann wird es nicht. Na gut. Ist aber fair. Ist fair. Retalk. Ist fair. Okay, wir müssen Glauben um zwei erhöhen. Ja, Predator. Scheiß drauf, Digga. Okay, jetzt einfach nicht vergiften lassen. Pfeifett. Das macht so Spaß. Oh, mein Gott, Digga. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Fick dich, du. Ah, ich habe eine Idee. Pass mal auf. Der Profi, kennt ihr den? Okay. Die Vergiftungszunahme ist ohne Rüstung ein bisschen höher. Hätte man sich denken können. Ah, der Chat hat wieder den Spaß seines Lebens und ich werde hier gerade echt ein bisschen sauer. All good, all good. Noch im Rahmen. Alter, fast gestorben. Vinny, danke noch für den frischen Prime. Willkommen. So, mit Leiter probieren oder was? Ja, komm. Ja, ja, ja. Oh. Oh, mein Gott, du Nasenblut im Moment. So, jetzt bin ich mal gespannt, was es da unten gibt. Wahrscheinlich noch ein Boss, der uns richtig verprügelt. Wir dürfen nicht sterben, sonst sind die Seelen weg. Oh, er hat drüber gesprungen über den Lachs. Oh, er hat nicht mal Sturzschaden bekommen. Heftiger Scheiß, Bruder. Oh, er kommt noch nicht, er kommt noch nicht. Junge, Arsch knattern. Der Sprinten, der Boss. Er kommt erst, wenn man nochmal eins niedriger ist, oder? Ach, das ist doch Scheiße. Woah! Yeah! Haha! Oh, kacke. Schmeckt gar nicht, hä? Du Hund! Hahaha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Maaann, Karma existiert! Seelen wieder weg! schmutz bruder so ehrenlos auch geile auch mann so gut aber auch so gemein Hugu rendert schon Geben so wenig Seelen, ne? Richtig geizig. So geil, dass man keine Ausdauer verbraucht, wenn man nicht im Kampf ist. Hammer. Was ich nicht verstehe. Ob es da oben auch noch was gibt? Die Frage ist, lohnt es sich nachzuschauen? Wo bleibt das Ding jetzt? Oha, oha. Okay, die machen ganz schön Schaden, die Brees. Ne, Regel Nummer 1. Immer auf den Fernkämpfer zuerst. Gute Regel. Scheiß drauf, Digga! Ich glaube, vielleicht ist es da noch zu, ähm, zu schwer. Wir probieren es aber, es macht Bock. Ich glaube, Oh, mach keinen Scheiß! Man denkt so, die machen keinen Damage, aber die machen echt Damage, die Hunde. Ja, ja. Den Schlag haut er mir noch rein. So, jetzt schauen wir mal den hier. Ah, der Heal-Flaschen-sparende Boss! So ein Ding ist es nämlich. Ich schwöre dir eine Qualle, please. Ich weiß nicht, Digga. Ich glaube, jetzt habe ich nicht genug Mana. Oh nein, ich höre das Ding. Ich höre es! Oh. Brody machen so Damage, die Hunde, Mann. Das ist schon schwer hier, der Lachs. Komm, werdet alle überrollt. Haha! Digga, als ob ich jetzt hier zu einem Boss-Raum... zu einem Boss-Raum bin. Och, komm, Digga, mach nicht so. Oh, Seelen! Shit, 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 shit! Ah, Chat, einfach zu gut. Ah! Bruder, mein fucking, mein fucking Life, Alter. Was macht ihr mit mir, Chat? Boah, geil, guck mal, wie das aussieht, wenn man nicht mehr genug Mana hat. Wie das so durchgestrichen ist. Sieht sehr gut aus, finde ich. Ah! Ihh! Gitt, gigit! Ihh! Yo! Warte mal kurz FromSoftware ruft mich an Hallo, hab ich wieder das XXL Spaßpaket abonniert, Jungs Wie sieht's denn aus? Ja, danke, Jungs Oh, war da irgendwo eine Statue? War da irgendwo eine Statue? Alter, wie ge... Bruder, geiles System FromSoftware, ich liebe euch Geiles System, Bray Geiles System Okay, die Qualle war vielleicht nicht der Schlauste Move Vielleicht schafft sie es, ihn zu vergiften Das wär geil Oder was macht er? Ah, der hat sie einfach gefötet Okay Ja, okay Viel zu viel Damage macht der Blutung Tu doch mal rein Kicken für mich Oh, gut Da war sie Eine saftige Blutung Ja, ja, ja Scheiße Scheiße, okay, okay Fick dich Was soll die Scheiße, hä? Arschloch Baumgeist mit Geschwüren, Digga Ja, so sieht's doch aus Ach, die Seelen Ganz ehrlich Ganz ehrlich, das ist gerade Äh, glaube ich Das Einzige, was ich noch zu bemängeln habe Dass irgendwie die Seelen Das ist nicht so Man, 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 man Man denkt nicht dran Man erkennt die nicht so gut auf dem Boden Finde ich Scheiße, Digga Der gierige Boss Ich weiß halt gar nicht, Bruder, wann der Schaden kommt Ich finde auch die Ausdaueregeneration ist wirklich sehr What the fuck? Habe ich mich erschrocken Cool, oder? Ja, ja Ist schon sehr großzügig Im Kämpfen Trotzdem machbar Trotzdem machbar Oh, mein Schatz Oh, mein Schatz Oh Qualle, mach mal was Schieß doch Ach, komm schon, Mann Find ich aber gut, dass die Beschwörungen gegen so riesige Bosse nix bringen Feuerbombe vielleicht wirksam Weil er aus Also, weil er Holz ist Ja, ja Guter Call Guter Call Gucken wir mal Gucken wir mal Nimm doch die Wölfe Ich glaube, die Wölfe sind genauso schnell weg Es muss aber auch so sein Dass die Dass die Beschwörer Fähigkeiten nicht so mega stark sind Gegen Bosse Ist schon richtig so Haben wir gar nicht so eine Urne Herstellen Achso, wir müssen die erst noch machen Pilz und schwellender Schmetterling Und kann ich davon nur einen herstellen? Ach, weil wir nur einen von diesen Töpfen haben Lass halt mal gucken Boah, habt ihr den Bonus Damage gesehen, Chat? Junge, Junge, Junge Da geht was Ja, die Hunde hatten Spaß Hier ein Bruder Wölfies Ach, komm Bruder Die armen Seelen sind doch nur noch null Was ist es, wie sah du Isso ist, wie schmerkend dann? Ach, kommentar Was ist CI Und Am T меч Est Äh, ich hab Kreis gedrückt. Ja, na klar. Vielleicht Schwanz abschneiden? Glaube ich nicht, Bruder. Machbar aber, machbar. Nicht zu gierig sein. Ich hab's noch nicht raus, wann er den Stamm vermacht, aber wenn er sich so schlängelt, dann macht er immer, ja, dann macht er immer entweder so einen langsamen Rundumschlag oder er stampft so mit seinem Oberkörper nach unten, so wie gerade. Und wir müssen immer, genau, die Stampfe hab ich schon drinnen. Wir müssen immer hoffen, dass die Blutung reinkickt. Oh, mein Gott, hab ich mich erschrocken. Der darf auch nicht treffen damit. Ja, danke dir, Bruder. Das darf nicht, äh, ja. Okay, wir haben schon 25 voll. Der studierende Boss. Ja, ja, machbar, Digga, machbar. Zweimal 50 haben wir. Oh. Ja, ja. . Oh. Ja. 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 Das hat ihm nicht geschmeckt. Oh, oh, oh! Bam! Ja, moin, ich dachte, dieser andere Extra-Damage wird ihm nur gekitzelt. Okay, okay, neue Mechanik. Kenn ich noch nicht. Ja. Wuh! Ja. Ja, Blut und Kick! Blut und Kick! Jetzt nicht zu gierig sein. Ausdauer auffüllen. Scheiße! Habe ich kommen sehen, aber ich... Ganz kurz zu spät gedrückt. Ja, okay. Okay, das verstehe ich nicht, die Mechanik. Ich glaube, einfach abhauen. Rundumschlag weggerollt. Springer mit dem Kopf. Nein, langer. Langer Ding. Komm, Blut und Kick! Jetzt nicht zu gierig sein. Jetzt nicht zu gierig sein. Ja, 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 komme. Kopf-Shake. Ja. Ja. Nice! Bam! Goldene Saat, Digger! Wie geil ist denn das? Und eine geile Asche, Digger! Wuuu! Ich bin's, Tim! Machbar, habe ich doch gesagt. Oh, machbar! Ich bin's, Tim! Bis zum nächsten Mal und jetzt beim nächsten Mal. Vielen Dank.